der schöne warte mal muss genau näher gucken wer das ist das ist der circo sky u60 hubschrauber wusste gar nicht dass er hier war ich weiß nicht da ist die ec 60 der eine bei youtube hat doch einen anderen namen gesagt gehabt muss ich bei youtube über reingucken wieder heißt aber das ist der hubschrauber nicht mehr aufgenommen hat jetzt fliegt er zurück der jetzt auch mal andere roten jetzt hat er diese route gehabt hier möchte der also da kann man den meist immer von da wo die windbild sind das ist meist beim menschen geflogen hat das letzte jahre diese route gehabt der hat jetzt diese route gehabt wo er immer kam immer da konnte man doch im küchenfenster doch sehen wo sie küchenfenster hingegangen zu gucken was da kann man doch auch gerade aber hier balkon ist doch besser